Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ihr habt abgestimmt und die meisten von euch wollten als allererstes, bevor die Beta morgen Nachmittag oder so wieder losgeht, von mir das Setting-Video für die Controller haben. Und das kann ich auch verstehen, denn wenn ihr euch die letzten drei, vier Jahre Call of Duty anguckt, waren die Settings-Videos von mir mit den Controller-Settings fast immer identisch. Gab halt nicht viel, was sich geändert hat. Dieses Jahr ist es aber tatsächlich so, dass wir neue, etwas unbekannte Funktionen bekommen haben. Ich habe meine Empfindlichkeit geändert wegen dem Movement-System und war voll bereit, euch das komplett jetzt aufzunehmen und einmal mit euch durchzugehen. Das sind zwar immer so, ich sage mal, stumpfe Videos, weil ihr guckt euch die Settings an, guckt, was habe ich, überlegt, was ich dazu sage und dann entscheidet ihr, ob ihr es mal so testet wie ich oder nicht. Hab aber festgestellt, die Beta ist ja heute offline und solange sie offline ist, kann ich keine Settings zeigen, weil man nicht so weit kommt. Also der Schmerz ist da, deswegen kommt heute, es tut mir leid, ich habe gedacht, ich komme, ob sie da ist oder nicht, an die Settings ran, aber tue ich nicht, man kann es nicht starten. Deswegen heute unsere Diskussion über das Thema, warum ist der Aim-Assist so schwach? Er ist richtig hart genervt worden. Ace hat ein tolles Video dazu gemacht, verlinke ich euch unten, bester COD-Creator der Welt. Und morgen, sobald ich von der Arbeit komme, was ungefähr halb vier, spätestens vier ist, werdet ihr online haben, um den Dreh herum das Video zu den Settings. Das werde ich also morgen aufnehmen, sobald ich die Beta spielen kann, sodass ihr, wenn ihr jetzt in die offene Beta startet und mit Controller unterwegs seid, die Möglichkeit für euch habt, eben zu gucken, ob ihr was ändern wollt und, und, und. Wird ein kleiner Kickstart für euch sein, weil ihr ein paar mehr Infos habt als andere, aber dafür abonniert man ja hier. Und weil das die letzten Tage immer mal jemand gefragt hat, wie warm es hier ist, man sieht meistens, dass ich hier schwitze beim Aufnehmen. Ähm, ich habe zwei Strahler, nochmal zwei, Beleuchtung da, Playstation, PC, vier Monitore, ich habe draußen in Hamburg 32 Grad und hier drinnen 98 Grad. Und es fuckt mega ab, weil, Leute, ich sitze, ne, ich bin nicht übergewichtig, wo man jetzt sagen muss, ja, bei Übergewicht und Schwitzen, das kommt schnell anher. Es ist einfach so warm, dass, selbst wenn ihr euch nicht bewegt, ihr nur vom Atmen schwitzt, aber, wir wollen es nicht beschweren, ist nun mal ein warmer Sommer. Deswegen, ja, es ist sehr warm und, ja, ohne Beleuchtung geht es aber nicht, weil dann seht ihr gar nichts. Warum ist der Amosys genervt und wie hart? Und dazu hat Ace ein tolles Video aufgenommen, das zeige ich euch mal kurz. Das ist so krass, ne, dass Hummels einfach am Ende wirklich einfach zu Rom gegangen ist. Achso, falsches Video. Äh, Ace, das Video, das ist meine ich. Amosys was nerfed in Black Ops 6. So, da hat Ace ein langes Video zugemacht. Dieses lange Video, übrigens, wenn ihr diese Werbung hast, guckt mal, Anzeige blockieren, dauert drei Sekunden, weg ist es, Video geht los. Und er hat das Ganze mit Dummies getestet, hier ist das für euch. Und das ist mir beim ersten Beta-Test-Tag aufgefallen, sobald ich nah an Gegnern war, wir reden von nah, bis zu zweieinhalb Meter, hatte ich gerade, wenn ich dann das Movement-System genutzt habe, das Gefühl, mir fliegt mein Aim-Assist weg. Also, ich muss komplett, komplett selber aimen. Hab beim ersten, zweiten Mal gedacht, wegen dem Movement-System und dass der Aim-Assist nicht darauf greift, weil die Leute zu schnell sind und alles. Und hab dann aber festgestellt, auf Nahdistanz gibt es für Controllerspieler keinen Aim-Assist mehr. Und wenn ich sage, keinen Aim-Assist mehr, meine ich das so, wie es ist. Es gibt keinen Aim-Assist aus Nahdistanz. Das seht ihr in dem Video von diesem wunderbaren Herrn Ace ziemlich gut. Es gibt den Rotational Aim-Assist, der mit dem Gegner so mitgeht. Und ihr seht das hier, da bleibt nicht mehr viel stehen. Und das ist etwas, was seit, ich weiß nicht, wie viele Jahren von PC-Spielern, die nur dank Crossplay überhaupt auf dem PC viele Spielernetz haben, sich beschweren. Dass es ja Aim-Bot ist und Aim-Assist ist unfair und diese ganze Kacke und dieses Gelaber von irgendwelchen hässlichen Vögeln. Natürlich kann man sich den ganzen Tag auf seinem Bürostuhl zu Hause, für den man 800 Euro gezahlt hat, weil er Gaming-Stuhl genannt wird, aufregen, wie unfair das alles ist, dass alle mit Controller Aim-Assist haben und das ist voll scheiße für mich. Und während dann Leute, die auf dem PC spielen, gegen Konsolenspieler, halt Sound-Equalizer haben und Gaming-Mäuse für 100 Euro und 200 Euro, Logitech jetzt oder Gaming-Tastaturen, es ist jetzt eine Corsair zum Beispiel, eine K70, die hat mich 140 Euro gekostet. Ja, das kann man den ganzen Tag machen, es bringt einem nur nichts und ich werde mich daran nicht mehr beteiligen. Ich bin es auch leid, dieses Thema, es ist mir auch scheißegal. Wenn jemand meint, Controller sind so völlig OP, dann soll er halt Controller spielen, am besten einfach über OMG N kaufen, die sind nämlich ziemlich voll gebucht, danke Jungs, oder er lässt es einfach. Genauso bin ich der Meinung, wenn irgendjemand sagt, gegen PC spielen, mit Controller gegen PC, Maus ist unfair, ja dann spiel halt ohne Crossplay auf der Konsole oder spiel mit Maus oder, Wisst ihr, ich habe keine Lust an dieser Diskussion teilzunehmen, weil die so mühselig ist und das so ein scheiß Gelaber ist und ich bin eher Fan davon, lass die Leute labern, geh deinen Weg weiter geradeaus. Ich spiele seit eineinhalb Jahren Hardcore Tarkov mit Maus und Tastatur und ich sage euch eins, ich kann mittlerweile beides, ich bin und werde wahrscheinlich mit dem Controller immer besser sein als mit Maus und Tastatur, aber mit dem Controller lege ich genauso Spieler mit einer Maus, wie andere mit einer Maus mich mit Controller legen. Es ist Gaming und es gibt, PC hat mehr FPS und alles, also Aim Assist und dieses Gelaber, diskutiert miteinander, diskutiert zwölf Stunden in eurem Stuhl zu Hause, mir scheißegal. Ich persönlich, ich spiele seit über 15 Jahren aktiv Call of Duty und ich würde behaupten, dass ich ein überdurchschnittlich guter COD-Spieler bin. Und ich persönlich wünsche mir seit Jahren, dass der Aim Assist genervt wird und jetzt wird ihr sagen, was sagt er da? Es hat einen einfachen Grund, umso besser ihr mit dem Controller umgehen könnt, umso weniger Aim Assist wollt ihr am Ende des Tages haben, damit das, was ihr mit euren Händen und Fingern macht und mehr Einfluss hat und umso genauer ihr seid, umso weniger Aim Assist wollt ihr haben, der eingreift und für euch etwas übernimmt, denn der Aim Assist geht ja nicht automatisch auf den Kopf eines Gegners und die letzten Jahre war es so, dass ich das Gefühl hatte, dass man als guter Controllerspieler extrem hart gegen angehen muss, gegen den Aim Assist, um eigene Kontrolle zu haben und dieses Jahr haben sie es geändert und die Beschwerden die letzten Jahre waren manchmal zu Recht, manchmal auch nicht, schon extrem, was dieses Kräfteverhältnis angeht, Aim Assist und nicht. Kurzform, so sehe ich das seit jeher, mit Aim Assist hast du auf Close Range gegen Maus und Tastatur immer einen Vorteil. Das ist einfach so. Alles auf Long Range, wo der Aim Assist nicht mehr aktiv ist, macht dich jeder Maus- und Tastaturspieler von 10 Fällen 11 Mal platt. Aber, und das ist das Wichtigste, Controller-Spieler ohne Aim Assist könnten nicht spielen. Es ist nicht möglich. Ja, ihr könnt trotzdem ohne Aim Assist Kills machen, gar keine Frage, aber es wäre, es ist aktives Reverse Boosten dann. Also, hört alle auf mit dem Gelaber, lasst alle mit dem spielen, was sie wollen und wenn ihr der Meinung seid, dass der Input von dem anderen, den ihr gar nicht kennt, besser ist als euer, dann lasst die Maus liegen und kauft einen Controller. Und wenn ihr sagt, Maus ist unfair, dann lasst den Controller liegen und kauft eine Maus. Was Ace aber festgestellt hat, ist, dass der Aim Assist mit den Settings, die wir hatten, so auch nicht mehr funktionabel ist. Wir haben es ja in den letzten Jahren immer gehabt, ihr konntet dann den Black Ops Aim Assist auswählen. Ihr konntet auswählen, also nicht wie stark er ist, aber in welchen Bereichen er wie greift. Das hat Treyarch rausgenommen in der Beta. Ob es so bleibt, lassen wir mal jetzt da hingestellt, aber aktuell ist es so raus. Das heißt, ihr habt Aim Assist nach wie vor. Er ist insgesamt der Rotational Aim Assist auf Close Range komplett weg, bis 2 bis 2,5 Meter. Dahinter ist er normal wie vorher und der normale Aim Assist, der euch beim Aimen einfach assistiert und hilft, weil es eben mit einem Controller notwendig ist, ist schwächer. Das lässt sich im Prozent schwer sagen. Ich würde sagen, vom Gefühl her, 10 bis 15 Prozent. Und ich persönlich finde, es fühlt sich sehr, sehr geil an und ich bin sehr froh darüber. Und jetzt kommt aber das große Aber. Und da habt ihr Probleme mit und da habe ich Probleme mit. Wenn sie den Aim Assist auf Close Range bei Gunfights deutlich reduzieren, 50 Prozent, 60 Prozent, wäre das ein gesundes Mittelmaß. Ihn auf Close Range komplett zu entfernen, ist katastrophal. Unsere Brains funktionieren so, dass wir uns auf Dinge einstellen innerlich, die wir kennen. Und ich kenne es, wenn ich sehr, sehr nah im Close Range bin, weiß ich, wie sich der Controller verhält. Wenn ich einen Gegner auf 5 Meter oder 10 Meter anvisiere, weiß ich innerlich, Muscle Memory, wie viel ich rotieren muss mit dem Stick. Also hier, wie viel ich rotieren muss mit meinen Thumbsticks, ob es jetzt ein Millimeter ist oder zwei oder durch, damit ich da hinkomme, wo ich hin will. Und wenn ihr in dieser Schwelle seid, sagen wir mal 3 Meter zum Gegner und der Gegner kommt noch einen Meter näher, geht um die Ecke und plötzlich geht euer Aim Assist weg. Was ist das Ergebnis? Ich bin nur ein bisschen drauf, weil der Aim Assist mir eigentlich helfen soll. Wenn ich jetzt aber ohne Aim Assist, merke ich plötzlich, dass ich nachziehen muss und knall dieses Ding komplett weg. Das ist schlecht gemacht und das ist nicht ausreichend getestet und das ist ein klarer Nachteil für jeden Spieler mit Controller. Was ist mein Vorschlag? Alles so lassen, wie es ist. Es ist absolut in Ordnung, ihn abzunerven. Wer schlecht auf dem Controller ist, sollte keine Kills geschenkt bekommen. Am Ende des Tages spielen wir alle SBMM-Lobbys, außer wir sind irgendwelche Warzone-Hunde-Kinder mit Neffen-Account, die mit 25 immer noch zu Hause sitzen und in ihrem Kinderzimmer und ach, egal. Normale Spieler spielen halt SBMM, weil es wird von dem Game vorgegeben und andere können es halt nicht anders. Und gerade durch SBMM regelt sich vieles vom Skill her schon alleine. Also bin ich der Meinung, lasst uns mit dem Aim Assist zumindest an dem Punkt sein, wo es für alle fair ist. Und für Controllerspieler ist es einfach nicht fair, wenn uns der Aim Assist auf kurze Distanz komplett weggenommen wird, weil das gesamte Feeling einfach anders ist und schlechter vor allen Dingen. 3 Meter Aim Assist, ich komme einen Meter ran, kein Aim Assist. Alles verändert sich dadurch. Ich glaube, dass sie das Feedback von dem zweiten Beta-Wochenende abwarten und ich kann mir vorstellen, dass wir den Rotational Aim Assist spätestens im Release entweder wiedersehen oder dass sie daran arbeiten. Und man kann natürlich hoffen, dass die Leute bei Treyarch und Activision Leuten wie Exclusive Ace zuhören. Denn das ist eine Stimme der Vernunft, der sehr nüchtern analysiert und Feedback gibt. Der sagt, was gut ist, was schlecht ist, was besser werden kann. Er sagt auch, wie es besser werden kann. In Deutschland gibt es solche Leute nicht. Auf Leute wie mich, die sehr, sehr kritisch sind, wird auch mit 500.000 Abonnenten nicht gehört. Und es ist mir auch egal, aber Leute wie Ace, die sich über Jahre verdient machen, da sollte man zuhören. Deswegen mein Fazit. Ich persönlich bin ein Fan davon, wenn sie am Aim Assist rumschrauben, dass wir weniger Assistenz bekommen, weil es für mich bedeutet, mehr Kontrolle über meinen Controller. Aber auf Close Range den Rotational Aim Assist komplett rausnehmen, ist komplett der falsche Weg. Also wirklich komplett. Und da geht es auch gar nicht darum, dass das dann unfair ist, weil Maus- und Tastaturspieler auf PC, also ich spiele dieses Jahr auch das erste Mal auf dem PC, seit, ich habe noch nie eine Beta auf dem PC von Call of Duty gespielt, wegen Playstation-Exklusiv immer, ich habe eine PS5 hier, aber jetzt, wo es das nicht mehr gibt, kann ich mit meiner vollen Leistung dieses PCs auf dem PC spielen. Mit Controller dran, ist ja klar. und dem Chronus-Zen, also dem Zebra-Chronus-Zen. Leute, was haltet ihr davon? Aim Assist, geil, nicht so geil, fuckt es euch ab, findet ihr es gut, dass er auf Close Range weg ist? Wollt ihr ein bisschen mehr haben oder wollt ihr ein bisschen weniger haben? Lasst uns diskutieren, hittet die Likes und hittet den Support bitte und morgen kommt dann, versprochen von mir, euer Video für die Controller-Settings und dann werden wir live auf Twitch am Samstag die Beta nochmal angucken und morgen wird es einen Tag auf Streaming geben. Das heißt, wenn ihr Bock habt, auf Twitch vorbeizugucken und ihr denkt, boah, dieser Schäppi ist echt ein cooler Typ, ich sag's euch, wie es ist, ich bin live noch viel, viel geiler. Muss man nur feststellen, ne? Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, ich bin raus, hau rein.